Der Kanton Zürich hat schon seit längerer Zeit ein Problem mit der rücklaufenden Steuerkraft. Wir sind darum der Meinung, man muss die Attraktivität des Kantons mit gezielten Massnahmen verbessern, um die Steuerkraft wieder zu erhöhen. Die Initiative der Jungsozialisten will die tiefen und mittleren Einkommen im Kanton entlasten und die guten und hohen Einkommen massiv steuerlich mehr belasten. Man spricht von bis zu über 30%. Die Umverteilungsaktion ist unnötig und im Kontext der Steuerkraftsdiskussion auch total kontraproduktiv. Wir lehnen die Initiative darum klar ab.